Mein Name ist Tanja Kirova. Ich bin Account Executive im Medium Enterprise Team in dem Münchner Headquarter Office. Ich bin fokussiert auf Neukundenquise im Professional Services und Financial Services Bereich und ich bin einfach neugierig, was noch auf mich zukommt. Für mich ist es natürlich sehr wichtig als Account Managerin, dass meine Kunden sehr zufrieden sind. Das ist für mich das A und O. Und das Zweite ist, dass mir die Lösung selbst sehr gut gefällt. Ich bin sehr interessiert an neuen Technologien und das für mich ist Workday definitiv die beste Lösung auf dem Markt. Und natürlich, dass mir die Arbeit jeden Tag Spaß macht und die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen. Meine Rolle bei Workday würde ich als vielfältig, interessant und herausfordernd beschreiben. Es macht mir aber jeden Tag mehr und mehr Spaß.